Hey und willkommen zu diesem neuen Video. In letzter Zeit habe ich eine Menge an Videos gemacht, die in irgendeiner Form mit meinem Garten zu tun haben. Jetzt, wenn das Wetter so schön ist, versuche ich einfach sehr viel Zeit im Liegestuhl, auf der Terrasse oder auch im Pool zu verbringen. Ein smarter Roboter hilft mir natürlich dabei, dass ich etwas mehr Zeit im Liegestuhl habe und mich nicht mit nervigem Rasenmähen beschäftigen muss. Ecovacs hat mit dem Goat G1 2000 einen Roboter auf dem Markt, der extrem elegant aussieht und obendrein eine Menge toller Funktionen hat. Außerdem gibt es aktuell eine Aktion, bei dem ihr auch noch 200 Euro sparen könnt. Alle Infos natürlich dazu in der Videobeschreibung, aber ansonsten schauen wir uns mal den Mail-Roboter genauer an. Im Lieferumfang bekommt ihr diese Station selbst und dazu den Goat natürlich. Der passt hier prima in die Station und kann von hier aus geladen werden. Dazu gibt es noch optional diese Garage. Ich habe das ebenfalls für euch verlinkt. Ihr braucht sie nicht unbedingt, denn immerhin ist auch der Roboter zum Beispiel mit IPX4 zertifiziert und damit auch wasserdicht. Aber sind wir mal ehrlich, mit so einer Garage bietet das Ganze einfach noch mehr Schutz. Generell ist auch die Installation natürlich super, super einfach. Ihr müsst einfach die App dazu öffnen und via QR-Code den Goat mit eurem Smartphone verbinden, das WLAN-Passwort angeben und schon sind sie verbunden. Beigefügt sind übrigens in der Verpackung zwei solcher Beacons. Die benötigt ihr, damit der Goat sich im Garten tatsächlich sehr gut zurechtfinden kann. Falls euer Garten riesengroß sein sollte, gibt es natürlich optional die Möglichkeit, euch mehrere solcher Beacons herzustellen. Ich selbst habe knapp 330 Quadratmeter Rasenfläche, das ist etwas groß und ich habe hier drei Beacons gehabt. Es hat funktioniert, dann habe ich mir einen vierten geholt und es passiert wunderbare Geschichten. Er erkennt jedes Mal genau, wo er ist. Übrigens, wenn ihr kein WLAN im Garten haben solltet, dann gibt es auch optional ein 4G-Modul, sodass ihr auch den Mähroboter mit einer SIM-Karte betreiben könnt. Und das ist sehr gut. Dann muss man einmal, wie mit einem ferngesteuerten Auto, den Goat an der Grenze entlang steuern, damit er eine Karte erstellt. Alternativ kann das Ganze aber auch über KI geschehen. Das heißt, ihr müsst das nicht selber machen, aber mit Hilfe der Kamera und der KI kann der Goat tatsächlich auch die Karte sich selbst beibringen. Es gibt aber noch eine ganze Menge an Features, die den Goat G1 2000 zu einem tollen Mähroboter machen. Ich kann die Rasenhöhe in Stufen einstellen, auf 0,25 cm genau, zwischen 3 bis hoch auf bis zu 6 cm sogar. Was mir aber besonders gefallen hat, ist die Tatsache, dass ich auch die Mährichtung selber einstellen kann. Ihr seht ja schon anhand dieser Videos, dass man bei dem Mähroboter tatsächlich auch die Bahnen noch ein bisschen erkennen kann. Mir gefällt es tatsächlich viel besser als diese Chaos-Mähroboter, die einfach wild oder kreuz und quer fahren. Und diese Richtung kann ich selber einstellen. Ich habe jetzt mal ein bisschen herumprobiert, wie es mir am besten gefällt. Und hin und wieder tausche ich einfach die Richtung in 90 Grad, sodass ich auch einfach die Grashalme von jeder Richtung wirklich gemäht bekomme. Das soll etwas gesünder für den Rasen sein, da solltet ihr euch etwas ausprobieren. Aber dass überhaupt die Funktion da ist, finde ich prima. Weiter lassen sich natürlich in der App ein paar Dinge einstellen, wie zum Beispiel ein Tierschutz. Also ihr könnt natürlich aktivieren, dass nach einer bestimmten Zeit, wenn es etwas dunkler wird, eben nicht mehr gemäht werden soll. Weil statistisch gesehen laufen da ein bisschen mehr Igel vielleicht bei euch im Garten herum. Oder ihr möchtet aus irgendwelchen anderen Gründen zu einer bestimmten Zeit einfach nicht mähen lassen. Selbst wenn der Goat dann noch nicht fertig sein sollte, fährt er währenddessen einfach sofort an die Station zurück. Und erst wenn es hell genug ist, wird er wieder den Mähvorgang aufnehmen. Genauso auch übrigens beim Regensensor. Das heißt, wenn es anfangen sollte zu regnen, erkennt der Mähroboter das und hört eben dann auf. Und erst nach circa drei Stunden, nachdem es trocken genug ist, macht er dort weiter, wo er zuletzt war. Das heißt also, richtig smart ist das Ganze und hat in meinem Fall echt gut funktioniert. Außerdem ist da ein Diebstahlschutz. Also wenn man sich bis zu sieben Meter nähert, ertönt ein Alarm. Dazu habe ich viele, viele Möglichkeiten bei der Kartenbearbeitung. Ich kann selbst Bereiche wählen und so weiter. ECOVAX hat ja schon seit Jahren sehr viel Erfahrung in Sachen Hinderniserkennung durch ihre Saugroboter. Und dieses System ist hier ebenfalls mit an Bord. Ich muss sagen, selbst wenn mein Sohn mal sein Spielzeug draußen vergessen hat oder auch mal einen Ball oder irgendwelche Gartengeräte mal herumliegen sollten, erkennt das der GOAT G1 tatsächlich sehr, sehr gut und umfährt sie dann, beziehungsweise dreht an der Stelle um und fährt seine Bahn wieder zurück und macht dann dort weiter, wo es eben geht. Es hat wirklich sehr gut funktioniert in meinem Fall. Doch eine Sache ist tatsächlich der absolute Endgegner für so ziemlich alle Mähroboter, die ich bisher da hatte. Denn ich habe eine ganz fiese Steigung neben der Treppe. Doch der G1-2000 packt das Ganze sehr, sehr gut. Denn laut ECOVAX beherrscht der Mähroboter tatsächlich alle Neigungen bis zu 45 Grad. Und wie ihr sehen könnt, schafft er eben auch diese Stelle dann wirklich auch zu mähen. Und das ist bei mir in meinem Fall ein absoluter Game Changer. Doch am Ende zählt natürlich das Mähergebnis. Denn die Zeit, die ich nicht mit Rasenmähen verbringen muss, kann ich tatsächlich im Liegestuhl verbringen oder auch im Poolplanschen. Und das hilft mir dabei. Der G1-2000 ist tatsächlich von ECOVAX das High-End-Produkt. Und ich muss auch sagen, es ist das Gerät, das bei mir stehen bleibt. Ich habe hier sehr viele Testgeräte immer wieder. Aber auch im letzten Jahr habe ich tatsächlich das sehr gerne genutzt und wird es auch in diesem Sommer so behalten. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer als vorher. Wie gesagt, 200 Euro könnt ihr euch aktuell sparen. Dazu natürlich alle Infos in der Videobeschreibung. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. See ya. Bis dahin.